Das verrückteste Ende der Welt, Episode 4. Unser Land braucht einen super Politiker. Hier habe ich einen Drehort gesucht, der den nötigen Platz für so eine Castingshow bietet. Bin sehr froh, jetzt neben mir sitzt Reinhard Otto von TTZ, hier den richtigen Platz gefunden zu haben. Da sage ich vielen Dank, dass du uns für die Produktion den wirklich super Raum auch super abgeschaltet, dass du einen trockenen Tom-Gut hin zur Verfügung stehst. Jetzt habe ich da ein bisschen was über das Projekt dazu, das ist meine Frage, die ich immer steuern. Was treibt dich an, so ein verrücktes Projekt zu unterstützen? Na ja, das TTZ ist ein Off-Szenetheater, das heißt wir sind eigentlich für verrückte Projekte gedacht. Zwar vorrangig Theater und Tanz, aber nachdem wir die Möglichkeiten haben, nachdem da in dem Projekt wahnsinnig viele Bekannte von mir partizipieren, ist das eine klare Geschichte, dass ihr das nutzen könnt. Viele Bekannte von mir feet pit läB weiter Utah in der F catch